Es gibt keinen Tod. Gottes Sohn ist frei. Vater, hilf mir, diese Worte anzunehmen, mich nicht mehr mit dem Körper zu identifizieren und mich als reinen Geist wahrzunehmen. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Ich bin in der Gegenwart. Darin will die Sühne jetzt angenommen werden, damit ich akzeptiere, dass es keinen Tod gibt, keinen Körper und ich in diesem gegenwärtigen heiligen Moment frei bin, so frei. Vater, so hilf mir, dies durch mein Herz in meinen offenen Geist zu übertragen, den Geisteswandel geschehen zu lassen. Ich bin nur Liebe, die Ausdehnung deines Gewahrseins, ewiges Leben, der eine liebevolle Gedanke in dir. Vater, dein Wille geschieht. Ich lebe und liebe in dir. Amen.